Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir spielen heute mal wieder eine Runde Kampfläuferangriff. Sondern Credits für den Shadow Trooper. Wir sind ja schon fast bei, also wir sind schon über 11.000 Credits. Es geht fix, es geht fix. Gut, ich will heute wieder mal ein bisschen snipen, denn das liegt daran, dass ich eine neue Maus habe, eine Gaming-Maus. Ich will mal gucken, wie schön präzise ich damit so bewegen kann. Außerdem ist das die perfekte Map dafür. Und mal schauen, ob das so klappt, ob wir ein paar Pünktchen mit nach Hause nehmen und vor allem Credits. Cool werden natürlich auch Dioxyskills, aber das ist ja wirklich nicht so einfach wie gesagt. Dafür muss ich es doch erstmal auswählen. Partnerstart. So, dann bin ich hier jetzt alleine. Wer bist du? Du bist der Kabum. Okay, los geht's. Wir sind natürlich die Lieben, wir müssen wieder aktivieren. Und ich sehe keine Gegner. Wo sind die Gegner? Nein, Quatsch. Ich weiß, wo die Gegner sind. So, jetzt kann ich mal endlich meine Maus aussetzen als Sniper. Weil ich habe da mal so eine Probleme, wenn man so ganz fein das Köpfchen anzielt. So, schön abkühlen. Er ärgert sich doch jetzt schwarz. Aber ist natürlich nicht gestorben. Schade. Da guckt er ums Eck und kriegt erstmal eine Kugel ab. Da hüpft er. Oh. Schön abkühlen immer. Geht dann schneller. Da hat er seinen scheiß grünen Laser da rausgeschossen. Okay, wir müssen snipen. Snacken. Oh. Boah. Boah. Gute Neuigkeiten. Commander Skywalker wird uns unterstützen. Okay. Oh, das geht aber gut. Nein. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, das kühlt jetzt 100 Jahre ab. Er bleibt nicht stehen. Ne, er ist stehen geblieben. Was für ein Glück. Warum? Ja, bestimmt Mama hat mich schon gerufen oder so. Einfach mal ein Dioxys werfen. Da liegt sie. Das geht aber gut mit der Maus. Achso. Ja, da ist aber eine Wand im Weg. Okay, Luke. Gib alles. Oh, oh. Oh ja. Die Maus gefällt mir. Da war die andere aber wirklich wesentlich hakeliger. Hier hat man so weiche Bewegungen drin. Aber. Aua, aua, aua. Aber jemand in Bewegung treffen ist und bleibt ungemein schwer. Oh, überhitzt. Ist er noch im Leben? Nein, der ist schon tot. Schöne Pose hier, ne? Mann. Also wirklich in der Bewegung ist Hardcore. Da bin ich mit einem echten Scharfsschützengewehr besser. Im Battlefield oder so. Vor der Wand. Aber ich soll natürlich wenigstens einen Bonus bekommen. Und wo kam der? Oh, das war nicht gut. Angehittet. Ja, langsam habe ich einen Dreh raus. Oh, überhitzt. Habe ich nicht richtig F gedrückt. Dann wird der gelbe Balken ein bisschen größer. Oh, da oben ist er. Okay, komm. Ich will den Bonus haben. Bin ich schon mal gestorben? Ne, ne? Ein Bonus bevor wir sterben. Das wäre was. Aber ich glaube, die Gegner sind schon bei mir. Mann. Schwer, schwer, schwer. Jetzt hören kann der Wut angehittet. Dampf. Es raucht. Oh. Da pfeifen die Laser in dem vorbei. Aber... Oh, ETSD. Da rennen sie alle, hüpfen, alle springen, alle fliegen, alle schwierig. Ah, ETSD down. Da oben. Ich will doch mal einen... Das ist so der Mega-Erfolg, weißt du? Wenn du einen aus dem Rennen hittest. Oh, der ist aber... Nein, komm, komm, komm. Merk mal. AT-AT ist ungeschützt. Greift ihn an. Hä? Ach so. Ich muss es schaffen. Du bist geschützt. Ich muss es schaffen. Mann. Okay, wir haben noch nicht wirklich viele Kills. Da ist er. Ich hab dich. Er kommt jetzt. Er kommt. Oh, also feine Bewegung mit der Maus. Das gefällt mir gut. Oh, das war der AT-AT. Der hab ich gesehen, dann hab ich den Salat. Der Spieler da drin, der muss sich ja nicht wirklich... konzentrieren auf das... Boom. Kopfschuss. Mein Gott, die Maus gefällt mir gut. Aber die liegt komisch in der Hand. Da verkrampfen sie meine Finger die ganze Zeit. So, aktivieren. Wir sind jetzt nicht hinter den feindlichen Linien. Jetzt müssen wir aufpassen. Aua. Ich hau ab. Der Sniper hat schon vier Kills. Erst, würde ich erst sagen. Komm, heil doch. Aber... Ich hab noch nicht seinen Bonus bekommen. Okay. Hinterhaltig, fies und gemein. Das ist ein Sniper. Ich seh keine Sau. Einfach mal so... Wieder so eine Wand, ne? Oh, oh. Boom. Scheiße, AT-AT immer. Von denen hat man ja überhaupt keine Schnitte gegen. Ist jetzt gerade einer hergehüpft? Da hüpfen sie auf jeden Fall. Aber noch Meilen weit weg. Okay, meine Sicht ist sehr eingeschränkt. Irgendwas schießt. Und... Da wird man ein Bonus. Autsch. Oh, da kommt er von oben. Warte auf, fünf Kills. Fünf Kills sind doch ein Bonus. Oh, ich liebe diesen Blaster. Wir können mal wieder einen Held spielen. Ne, können wir nicht. Ist weg. Warum ist er jetzt verschwunden? Weil ich gesagt habe, wir könnten mal einen Held spielen. So, äh... Weit, weit weg. Guten Zoom hat er Dinge ja nicht hier, wirklich. Für, für die Zukunft. Oder für das Star Wars Universum. Ist das eher ein schlappiger Zoom. Ich wechsle auch gleich die Waffe. Keine Sorge. Wir hüpfen da alle ganz fleißig. Nicht durch die Lava. Habe ich mal dreckige Schuhe an? Will ich nicht. Habe ich aber jetzt. So, immer auf die weißen Helden achten. Die schwarzen sind schwer zu erkennen. Und er zappelt und wackelt. Nehmt keine Ballistik. Die Dinger fliegen geradeaus. Und schwarzer Helm. Boah, da triffst du ja nie drauf. Sie kommen! Hüttet dich mal an. Gefühle da laufen. Da oben. Das hätte doch mal funktionieren können. Darf es nicht mal funktionieren? Da ist die ganze Zeit da. Nein! Ja gut, wir wechseln die Waffe. Ich habe keine Lust mehr. Das ist mir wirklich zu anstrengend. Das ist ja wirklich schwierig. Ähm, ich werde aber trotzdem beim Sniper bleiben. Diese Runde 21B. Partnerstart. Aber das ist nicht mehr so wirklich so ein richtiges Sniper. Das ist ja eher so ein Ballermann. Ohohohoho. Der denkt auch, what? Cheater. Hill in the cheater. Das Ende von Boba Fett. Das hört sich gut an, weil wir sind ja auf der anderen Seite. So. Ich bin einfach gerne Heckenschütz im Spiele. Das macht Spaß. Aber auf Dauer wird es dann auch öde. Der Ball hat die ganze Zeit fleißig. Okay, dann haben wir einen reingesammelt. Aber dicke sogar. Oh. Warum denn nicht? Boah, die sind ja alle da. Oha, Mann. Einer muss immer einen sehen, ey. Das war so eine schöne... Boah, jetzt ist der in einem orbitalen... Mopedschlag. Mopedschlag. So. Sie kommen ja von da. Oh, ich liebe diese Waffe. Ich hab nur seinen Kopf gesehen. Dann wäre das ja down oder er hätte aufgegeben. Okay. Keine Schnitte. Wollen die nicht hier rein? Egal. Ich brauche Kills damit. Ist auch hoffentlich weit genug. Blödes Ding. Was? Ich war doch schon da drin. Ach so. Mein Gift. Ich depp. Partnerstart. Was will mir die nehmen lassen? Da war ein Puppel. Der war doch super geworfen. Du machst es. Wo bleiben sie? Oh ja. Das ist es. Das gibt Kills damit, hoffe ich. Ich hätte nicht mal an. Jetzt. Deoxys Schaden. Ach. Der killt die alle, der Penner. Wow. Wow. Das war viel zu. Wow. Wie gemein. Ich war fast im Schutzschild drin. Aber der ist ja hier am rumknappen. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo die sind. Fliegen nur Granaten. Dafür gibt es das hier. Mit ein bisschen Glück kriegen wir endlich mal wieder einen Deoxys Kill. Okay. Gar nichts. Was haben wir? Oh Gott. Die Runde geht schneller, als ich gucken kann. Assist. Ich sehe nichts mehr. Oh. Orbitaler Luftschlag. Da kommen die jetzt rein oder raus? Ist die Tür offen? Ne. Okay. Wir müssen raus. Das ist öde. Und die haben auch Furzbomben geworfen. Hier ist für mich auch nochmal eine. Und endlich mal ein Power-up. So. Jetzt hagelt das aber Fäuste. Wo sind sie? Wo sind sie? Wow. Wow. Ich war das. Ich, 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 ich. Boah. Hat der einen Lack gehabt, ey. Die schreiben ja ganze Romane da oben. Schon wieder. Aber ich spawne hier wirklich Action geladen. Vom, vom, vom. Nix. Nix da. Das Sperrfeuer Kill. Oh. Und Deoxys Schaden. Komm, 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 komm. Kill, kill, kill. Nein. Und dummer ist es. Oh nein. Scheiße. So. Er hat nur noch 4 AP. Ja, das war nur ich. Ich hab den gekillt. Boah, die Runde ist aber gut für uns. Mal schön überhitzen. Oh, den schießt doch der AT-AT in. Boah, wie lange? War der da schon halb? Nee. Oh, ich mach sogar Damage an dem. Geil. Boah, der hat ja ewig keinen Schutzschild. Das war's, das. Okay, Präzision-Gewehrserie. Jetzt haben wir sie erst bekommen. Bin ja auch dementsprechend oft gestorben. Und endlich wieder HP. Wow. Den Menschen erwischt. Ach so, das Geschütz. Was, was, was? Okay. Wow. Partner gerecht. Was? Alter, doch nicht mit der E4 auf der Distanz. Das ist aber unfair. Die Oxen-Schaden hat er wenigstens gekriegt. Aber warum fällt denn keiner tot um von meiner blöden Furzgranate? Boah, diese Position ist so hart. Ernsthaft, ne? Ey, wirklich? Ich baller in die rein und die laufen einfach gemütlich weiter und ballern mich sogar noch fast tot. Wo sind die denn jetzt? Komm, HP. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Wird man? Unglaublich, ne? Ich weiß nicht, mit was der schießt, aber der schafft das mir, so viel Abwehr zu ziehen. Kampf-Serie gestoppt. Hast du davon? Gute Neuigkeiten. Commander Skywalker wird uns unterstützen. Wo rennen die denn da alle immer hin? Commander Sky, Valker. Äh. Da war das, ne? Oder war das da? Nö, das war da, ne? Ne, da kam die her. Aber wir halten gut die Stellung und der AT-AT ist fast down. Also ich erlebe das ja selten, dass wir den AT-AT runterputzen. Was kann ich hier nicht schießen? Ich hab so ein doofes X hier. Was soll denn das? Oh. Nutsch Vader! Mann! Knüppel da. Das sieht ja aus. Hallo Luke. Danke Luke. Nutsch Vader, wer weiß aus welchem Teil, also was das jetzt da was bedeutet hat. Der hat einmal Nutsch Vader gesagt. Das war C3PO. Gut. Ähm. Komisch, dass ich mir an so eine Scheiße erinnern kann. Lass den dir schmecken. Oh, der liegt gut. Nein, nein. Überhits. Ha! Konzentration und Ruhe ist alles. Assist. Oh, ist ein Bonbon. Ich würde mit meinen 2 AP übers Schlagfeld laufen. Na, das glauben wir mir natürlich sehr klar. Merkmal, Stufe 2. 75 von Blaster, Schaden. Schadensboost. Die Umblingstation wurde aktiviert. Bomba hat das Ziel erfasst. Eigentlich wäre er, dass er durch den Furt stirbt. Der hat wohl aufgeräumt. So. Also, wir haben jetzt Merkmalbonus. Ich merke davon ehrlich gesagt nicht viel. Äh, eher weniger Merkmal. Achso, guck mal hier, was ich habe Schönes. Oh. Das war ich nicht. Das ist immer so. Wer hat gefurzt? Ich war es nicht. Bin ich gut oder bin ich gut? Okay. Das Schutzschild geht down. Wenn die Ziele öffnen, die Quatsch. Der hat einfach nur ein neues Ziel erfasst. Oh, komm, 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 komm. Wow, Merkmalschufe 3. 15% Schadensresistenz. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt im Superkiller? Habe ich selten. Also, das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Schutzschild geht down. Wir geben dir den Rest. Ja, die wollen hier durch, ne? Oh, nee, ein Schreckenkollege, das ist meiner. Mein Roboter da noch am Stehen. Ja, das Ding, das schießt gleich auf dem AT-AT. Macht Punkte und macht Schaden. Juhu. AT-AT von Wilding an der AT-AT. Schwer. Ich bin und bleib ein scheiß Schütze damit. Rassist. Da wäre natürlich so ein Pupser-Kind gut. Okay. Weg da. Weg da. Warum kommen da so viele? Da kommen ja unendlich viele. Sterben alle? Oh. Warum denn nur Assists? Mann. Aua. Entdeckung. Mann, schöne Metmarschufe. Ha, ha, ha. Das war ich aber nicht. Partner Start. Oh, komm, die Ox ist tot. Ne. Double kill. Wir machen den sowas von platt da, den AT-AT. Also wie gesagt, selten, dass ich eine Runde gewinne. In der Form. Wer, 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 wer? Was? Beharrlich. Mann. Da stand noch ein Schwarzer, den haben wir fast erwischt. Warum wollen viele wir geladen haben? Was ist das denn für eine Runde? Das habe ich ja noch nie gehabt. Erfolgreich. Wir haben weder besiegt. Aua. Oh, das gibt einen Kill. Komm. Nichts. Mist. Kein Kill für den Timmy. 49 Kills hat der Typ da oben. Aber wir haben gut Credits gesammelt. 500. Und ich bin very happy über meine wunderschöne Maus. Lässt sich butterweich spielen, wa? Doch ein Unterschied, die andere. Ach, guck mal, ein Partner. Kaboom. Supra Flame. Okay, ich bin gespannt, welche Map jetzt kommt. Wir kriegen erstmal ordentlich Talas. Natürlich auch den Siegbonus. Der immer viel zu gering ausfällt, finde ich. Bei so einer krassen Sache. 1000 nur. Und 820 Talas. Da freue ich mich gerade drüber, ehrlich. Aber wieder kein Dioxys-Granaten-Kille. Ey, Mann. Brauchen immer noch 6 Stück. Haben wir gut gemacht, ne? Gut, Waffenwechsel. Obwohl, die ist eigentlich ganz gut bei der Map, ne? 12.000, noch 5.000 Credits. Und wir haben den Shadow Trooper. Da ist er. Der Schatten-Truppler. Und damit sind wir dann fast unsichtbar. Gab's den in Star Wars überhaupt? Einen schwarzen Truppler? Scout hab ich mir damals schon geleistet. Den haben wir ja momentan. Und da kommt noch der Shock Trooper. Der mich nicht ganz so reizt, weil er doch ein bisschen auffällig rot ist, ne? Also die Menschen, die sind natürlich alle... Ich weiß nicht, warum ich so ein Opa spielen soll. Ja, und dann kommen natürlich noch Emotes. Die wollen wir auch noch lernen. Da gibt's noch so viele. Ich will die alle lernen. Mö, das... Mach's richtig. Cool. So. Ähm, ja, Emotes sollen wir auch noch welche machen. Das wäre auch eine coole Sache. Auf geht's. Blatt ist in Ordnung. Anders geht's ja grad nicht. Action. Pupbombe. Oh, ich will auch ein Jetpack haben. Aber ich brauche alles, was ich da drin hab. Grafisch ist das Spiel immer noch ein Highlight für mich, finde ich. Aber ich weiß ganz genau, wo wir hingehen. Ich gehe immer so. Darunter. Ich will da nicht hier hin. Oh, 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 oh. Da sind die ersten Laser in meine Richtung. Okay. Hier wird gefightet. Und ich wird furzen. So. Schön weit rein. Okay, ich darf in meinen eigenen Furzen nicht rein. Wurzeln. Hat doch noch mehr Schaden. Oder nicht, ja. Ich sehe nichts. Mein eigenes Gas. Jetzt kommt's. Aua. Mich erwischt schon mal voll. Das ist ein bisschen wenig Aussicht. Wir kommen da doch mal nach der Energie. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Also wir sind definitiv im besseren Team. Und wenn, dann kommen die da raus. Wir haben den Ablink der Rebellen deaktiviert. Lasst nicht zu, dass sie ihn reaktivieren. Die kriegen sowas von auf den Sack. Ich bin mal so ein fieser Schnipper hier. Nur anhinten. Der soll sterben an Gas. Wie gemein eigentlich, ne? Aber ich brauche auch die blöden Verpunkte. Wie, die haben schon wieder aktiviert? Da kommt keine Sau raus. Was ist los mit dem? Der ganze Shadow Trooper da hinten. Oh toll. Das behindert mich sowieso. Okay. Sie wollen da dran. Sie wollen es aktivieren. Oh nein. Blöder Loop. Der kommt doch aber so hier lang. Oh oh. Ich verstecke mich. Jox ist schaden, aber wieder mal kein Kill. Boah, Luke hat ordentlich auf Fresse gekriegt. Komm doch. Nein, das ist Selbstmord. Da lacht sich Luke sogar kaputt. Der hat schon eine Menge erlebt. Okay. Als Ziel erfasst. Wo ist er, der Lucky? Der Lucky Luke? Ah. Was hat er denn gehabt für eine Waffe jetzt? Das war ja wie, als ob mich eine Atombombe erwischt. Partner start. Rebellenschiffe eröffnet das Feuer auf unsere Kampfläufer. Da unten. Das kann doch nie wahr sein. Der AT-AT-AT ist im Rebellenschutz los ausgeliefert. Das habe ich ihn. Habe ich ihn? Die auf das Killen, ne? Nur Schaden. Och, was war das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Davon geheim. Das ist so der Feindsteuerung. Ein doofer Assist. Das dauert, ne? Abliegstationen geordnet. Sofort vorrückt. Hau nochmal ab. Angehittet. Ordentlich sogar. Schöne Posi momentan. Und das ist Schadenstatt schon wieder aktiviert. Hehe. Nehmen wir auch keine Schnitte gegen uns. Ui. Wegen Power-Ups hier, ey. Ich bin ja eher so ein bisschen Fernkämpfer heute. Muss ich ja schon zugeben. Aber das gibt auch gut Punkte. Okay, jetzt momentan sieht es nie so gut aus. Ich würde ja verdammt gern die AT-AT-Steuerung so am Ende übernehmen. Und da macht man Punkte, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Okay, 66 Meter. Oh, ich hätte voll gekillt. Werde ich mit euch. Oh, Kundschaft. Ja, da war noch einer erwählt draus. Oh, ich werde sofort wieder explodieren. Ich weiß jetzt schon. Erstmal die Augen offen machen. Ein paar Granaten raus. Mit denen kann man auch so ein bisschen taktisch gedeckt laufen. Ist ein bisschen schlauer. Ja, das ist offen, warum mir fällt. Aber wir haben ja so ein Problem mit den ganzen Raketen, die angeflogen kommen. Er schießt auf mich. Oh, scheiße. Er hat mich schon wieder einmal in den Visier genommen. Ein Flieger. Muss abhauen. Oh, Luke. Schon wieder? Neuer Luke? Nee, alter Luke. Tim hat Luke Skywalker. Also 13 Spiele hat Luke Skywalker erlebt. Hehe. Das war ich. Das war ich. Ich war es. Ich, ich, ich. Blöder Skywalker. Nur seine blöde Mutter. Ich öffne keine Türen, glaube ich. Ich glaube, der hat das, der hat die Ferne gesucht. Ey, Luke, wie im Damage? Wieso das denn? Ja, hier steht ein doofer ETS-Ti, ne? Der, der auf den Sack geht. Scheiße, man kann keine Türen sprengen kann. Die Rebellen haben die Ablinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Ist die offen? Nicht zu. Ach, komm, scheiß auf den. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Oh. Wir sind einfach mal vorbeigeschmuggelt. Wo ist er denn? Okay. Da. Wie krass, die immer ihre Position verraten, wenn sie auf mich ballern. Was? Ich steige raus. Gut, ausgestiegen. Aua, 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 was war das? Scheiß geschützt. Okay, ich muss rauchen. Ich hänge fest. Nein! Habt ihr auf mich gewartet, oder was? Oh. Ich sehe ihn nicht. Boah, ich hasse das, ne? Das geht doch gar nicht. So kann doch kein Mensch spielen. Schießen und dabei eine Granate werfen. Also ehrlich. Nochmal, wäre auch übertrieben gewesen. Wir sind dann zu kurzzeitig auch richtig unsterblich. Was ist das denn kriegen die von uns auf dem Sack? Das war meiner. Wie sieht es punktemäßig aus? Sehr gut. Ich bin fast stolz auf mich. Wir müssen das scheiß Ding deaktivieren. Wir haben jetzt auch ganz schön einen Haufen bekommen. Zu heiß, zu heiß, zu heiß. Aua. Wo denn? Wo denn? Ich sehe keinen. Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Das müsste ihre Formen... Da oben. Ja klar. Was? Bin ich ein Fahrzeug, oder was? Bin ich noch nie gestorben? Tag der Unendlich... Äh, der Unmöglichkeiten heute, wa? Das Ding ist geil. Das ist aber sehr... Sehr oft besetzt. So, alles klar bei dir? Bist du doof? Hast du vergessen, zu wem du gehörst, ne? Hahahaha. Aber die sind alle irgendwie irre. Mann, es ist... Feuer! Wie weit fliegen die? Wo sind sie überhaupt? Boah, sogar weit. Aber Killz, ne? Auf der Distanz. Auch mit dem Sniper. schwierig, wo man ja dreimal treffen muss. Gas. Zweimal. Was ist denn mit ihm passiert? Spürt den Zorn von Lord Vader. Nehmt mir das hier. Das ist eine Traumposition. Und die sind so gut wie da. Hint nicht mal an. Komm Baby. Was? Ja, das war's. Ich seh gar nix. Scheiß Nebel. Ist aber der Sinn und Zweck vom Nebel. Furz. Oh, der ist aber immer ein Furz. Ich hab ihn einmal angehittert. Oh nein. Ich brauch doch nur den einen Kill. Also eigentlich noch sechs, aber mit einem wäre ich schon glücklich. Die beschädigten Schilde sind fast repariert. Lass nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnt. So, der wartet schon da. Jetzt hab ich die nächste Position. Kann ich irgendwo hängenbleiben? Nein, ich hänge jetzt hier wirklich. So. Alter. Ernsthaft? Oh, ich könnte mich so aufregen bei sowas. Naja. Du bist geschützt. Mal hin, Garaus. Wir müssen diese Ablingstation deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Deaktivieren, Bomber stoppen. Verstanden. Wo will der hin? Jetzt in einer anderen Welt? Rennst du doch zurück. Der Feind ist ganz in der Nähe. Aufpassen jetzt. Jawohl, aufpassen. Ich hab nichts gesagt. Scheiße, was war das denn jetzt? Nein, nein, nicht verfügbar. Scheiße. Haben wir mal einen Arsch der Welt zu bauen, ne? Mit dem Partner ist es immer cooler. Ich glaube, wir werden Tommy aufnehmen. Das war immer schön. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier. Ich verstehe. Auf meiner Lieblingsseite. Wurf. Sprayfeuer. Gift, 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 Schaden. Aua. Was war das denn? Schön vorsichtig hier. Kopfschuss. Lackshot, Kopfschuss. Die Bomber der Rebellen haben unseren IT-IT als Ziel erfasst. Ja, ein paar mehr. Und? Einfach nur auf Glück, ne? Wenn man einen Angehindeten vergiftet. Ein Traum. Da liegt es ja sogar schön. Aber nicht auf mich, oder? Aber nicht auf mich, oder? Okay. Gute Ausgangssituation. Wir haben die stillgelegt hier. Da ist einer. Da ist einer. Ne. Da ist ein Rot. Wieso kommen die denn nicht? Haben die keine Angst, oder was? Ein feindlicher Bomber hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Knall, knall. Die kämpfen da oben in der Lüft, in Lüftchen. Die kommen auch von rechts hier. Da ist ein blauer Ring rüber. Was hängt denn da rum? So. Der ballert da. Einfach mal einen Fritzkin hinwerfen. Da kommt ja so gleich einer. Da sind sie. Nein. Sowieso hat er keinen Juxus Schaden genommen. Komm doch. Boom. Ach, scheiß Schutsche. Da wollen wir mal alle in Lack, ne? Assist. Der ist sehr fair hier. Oh, der war aber nicht weit weg, der in der Granate werfen konnte. Oh, oh, oh. Ja gut, versuch das da zu Capturen. Dann kriegst Dioxus Schaden. Schön. Schöne Ecke gewesen. Hinterherrte ich wie so ein gemeiner Sniper. Schnieper. Schnieper Timmy. Was haben wir da? Zwölf Kills. Voll schlecht. Aber die sind auch waffenabhängig, ne? Was haben wir hier? Komm bitte mit einem Blaster. Oh, Wichser. Hasse dich. Hasse dich. Kein Dioxus Killen. Zwei Runden, ey. Das ist der Hammer. Der Kanzler hat Probleme. Och, das ist... Dingsbums. Aber sie sieht ja nix, ne? Der AT-AT fällt gleich auseinander. Wirklich? Der Kanzler vom Arten. Fällt gleich auseinander, sagt er. Das ist schon feige, ne? Das wär's gewesen. Nein! Der tut ja nicht sogar noch killen. Aber wir haben Dioxus Schaden gemacht. Aber wird ja keinen Kill, man. Das läuft ja gut. Sieg. Auf ganzer Linie, kann man eigentlich behaupten. Boom. Und wieder ein paar Teile dazu verdienen. Für den Sturmtruppler, den Schwarzen. Ich freu mich schon. Und? Einsatz 75. Das ist immer ein Punkt, den ich hier kriege. Okay, 630. Oder 33. Schön. Aber wie gesagt, kein einziger Kill, glaube ich, war da. Nö. Nicht ein einziger. Mann! Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde.